Hallo Leute, Matthew hier und wir machen weiter mit Lucia Ruin zu Floor und ich bin mittlerweile wieder auf den Tum gekommen, nachdem ich letztens gestorben bin. Und hab natürlich auch mittlerweile rausgefunden, was ich hier machen muss. Ich hoffe einfach mal, ich hab den Stein auch richtig gesetzt. Oh mein Gott, ich bin von einem Blitz getroffen worden. Wer hat sich jetzt sterben oder? Keine Ahnung. Was wird nur passieren? Wir kommen ins Krankenhaus, äh, ins, okay. Naja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020